Hallo, es ist heute etwas später geworden. Ich war auf dem Geburtstag von meinem Neffen und da haben wir gefeiert und die Zeit vergessen und da ist es schon 22.03 Uhr und ich hoffe inständig, dass Kaka noch im Museum ist. Ich wollte heute eigentlich ab 20 Uhr findet man ihn da. Oh Gott, bitte lass ihn doch da sein. Sorry, dass es warten muss. Aber es ist ja nicht gut. Im Kurs. Amizu. Ah, es ist jetzt mal wieder. Ich poste es mir jetzt erstmal zweierlei. Ich will ins Museum. Ich war heute noch nicht online. Ich habe noch nichts geguckt. Äh, was heißt online? Ich habe heute noch nicht gesperrt. Ich habe noch keinen Geldstein begrabbelt und überhaupt... Bitte lass Kaka noch da sein. Bitte lass ihn doch da sein. Ich weiß nicht, wie lange der da ist. Ob bis 10 oder vielleicht bis... weiß ich nicht. Er ist noch da! Yeah! Und dann trinke ich erstmal Kaffee. Darauf erstmal Kätzchen. Ja, die übliche Mischung. Eine Tasse der Hausmischung. Ach ja. Willst du einen Schuss Taubenmilch? Ja bitte! Haha, ich wusste es. Der Spruch ist geil. Und Tauben soll gar keine Mischung geben. Ja, ich glaube auch jetzt, dass man jetzt die Geruinen... Oh mein Gott! Habt ihr gerade die Bewegung gesehen? Verunterlich! Oh nein, ich will es nicht ansprechen. Das ist kein... Das ist ein jugendfreies Video. Koffee für dich habe ich sogar mal eine Tasse gespült. Oh mein Gott! Also trinke ich! Danke! Oh Gott! Okay, Koffee ist männlich. Und er gibt Taubenmilch dazu. Ich will nicht... Für alle unter euch die schon über 18 sind. Woher hat er sie wohl? Sorry, drück mich nicht mehr an. Ich habe nichts getrunken. Hier hört mich nicht außer Wasser. Das kann ich anders als die Sage wohl der Taubenwischung sein. Okay. Bitte. Und das ist der berühmte Kaka. Hey süßer, es ist eine Nacht für den Gin. Für den Gig, was? Ich freue mich immer über neue Gesichter. Ist heute dein Geburtstag? Egal. Einen Geschenk gibt es trotzdem. Den perfekten Song für dich. Oh cool! Cool süßer, machst du dir bequem. Ich packe gleich ein paar Rocky den Griff herauf. Cool. Dann setzt man sich hin. Funky. Dieser Song geht an ein Mädchen namens Tita. Er heißt ganze Mann. Oder? Ja. Ja, Leute. Das war das letzte Play. Nein, nur Spaß. Jedes Mal, wenn wir Kaka singen, dann kommt der Aschmann. Aber wir sind natürlich noch nicht durch mit dem Spiel, da hat es angefangen. Da gieß ich mir noch Klappen und ich weiß, dass er keine Kaffee bei mir ist. Mit Taubenwisch. Was ist nur ein Einziger? Wie ist das? Was includlich. Was macht das? Wie? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? うわ es ist. Wie ist die Kaffee bei mir? Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist das für Klo oder wie? Kaka Etude Kaka Jamat Kaka Volk Kaka Fusion Hey, das kommt mir bekannt aus Dragon Ball, wisst ihr? FUSION! Kaka Wumbo Kaka House Kaka Jazz Kaka Klagelied Kaka Liebeslied Marathon Parade Reggie Time Parade 2 Reggie Okay Ich hab's wieder falsch ausgesprochen Rock Rockabilly Safari Salsa Samba Sonate Song Swing Tango Technopop Walzer Western King Kaka Glückspilz Glückspilz Marinelied 2001 Berglied Herr Kaka Mein Zuhause Nea Politara Ganz allein Machtdenklich Rock Song Kombo Kombo Frühlingsblüte Alter Kuchen Begeisterung Surfing Kaka Carfunk Am Rande Vorgestern Ich wandere Ähm Ja Hm Jetzt haben wir hier nicht unbedingt Die Qual der Wahl Etwas zu traurisch Morisch Schuhe Gut Cool Gar kein Problem Meine Axt ist bereit Also schnapp dir ein Stuhlbecken Ok jetzt setze ich mich hier drüben Tada Bei diesen pfetzigen Nummer Kannst du sicher sein Ah das war Kaka Ska Hab ich glaub ich gerade gelesen Skaff 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 Na das klingt doch schon wesentlich besser next Dann Gehes ich mir vielleicht noch einen Fakau ein bei Mit Kaubenmülch Schäusel Bub Skaff Ohhhh Oh, oh! Oh, oh! 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 Oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Cool! Was für ne geile Kröte! Cool Rocks Baby! Und wie ich rocke, gibt's vielleicht noch ne Zugabe? Ich bin grade richtig eingespült. Soll ich dir noch mal eine Aufregung? Ja klar! Zugabe! Cool! Hör mal, erzählst du's gleich jedem? Ich weiß einen. Nenn mir den Titel und ich hau in die Seitensüße. Okay, dann nehm ich doch gleich mal den ersten auf der Liste. Hallo! Bildschirm! A-G-E-N-S-T-K-Punkt. G-E-N-S-T-K-Punkt. G-E-N-S-T-K-Punkt. Ja, das könnte man quasi die ganze Liste runter tun. Ich könnte mir echt die Arbeit machen und die ganzen Songs mal in die Beschreibung packen, damit ihr, wenn ihr das Spiel spielt, die Songs eingehen könnt. Wenn ihr mit ihm redet und dann tippt ihr die Songs ein, die ihr euch anhören wollt. Ich glaube, der Erste, den kriegt ihr bloß als Platte und jeden weiteren könnt ihr euch dann halt bloß so anhören. Und wenn ihr dann irgendwann mal Glück habt, dann kriegt ihr auch die Platte zu dem Song. Ich gucke mal, vielleicht schaffe ich es sogar jeden Tag Animal Crossing zu lernen, weil ich es festgestellt habe, dass die Bildqualität bei dem Spiel nicht ganz so hoch geschraubt ist, wie jetzt in Harvest Mode oder so. Oder auch im Grandia. Es hat bloß eine Hochladzeit von, ich glaube, so 8 Stunden oder so. So 15 Minuten, das ist eigentlich recht wenig. Oder sogar noch weniger Zeit. Ich hatte mir heute früh... Ich glaube um 8 oder 9 habe ich das... Ne, es waren sogar bloß 6-7 Stunden fürs Hochladen. Und die anderen Videos brauchen immer ein bisschen länger und wenn es klappt, dann lade ich eventuell jeden Tag Animal Crossing hoch. Also ich habe heute den ersten Part hochgeladen. Der hat auch schon 10 Klicks bekommen und habe beschlossen, dass ich morgen auch noch einen Part hochgeladen, weil ich für den Anfang sozusagen 3 Parts am ersten Tag gedreht habe. Weil der Anfang war ein bisschen schwierig mit den Aushilfsjobs und das alles gewesen. Und daher hatte ich da 3 Parts für einen Tag gebraucht und danach dann immer bis 1 Part pro Tag aufgeladen. So, das ist der KK-Tag gewesen. Beim nächsten Part, also morgen, gucken wir mal was anderes. Und ja, ich muss ja auch noch ein bisschen Geld verdienen, den Geld steilen und so weiter. Ich hoffe, ihr schaltet euch ein. Bis dahin eure Tita Kenji. Tschüss!